5 gegen 1 oder 5 gegen 1, damit ich euch töte, muss ich hier in die Faust beißen. War nicht so. Nein Mann, mach das mal nochmal, was soll das denn für eine Scheiße? Ich hoffe, dass das, was mir jetzt noch bevorsteht, nicht so schlimm ist, dass es mich drängt, daraus einen Rap-Song zu machen. Diesmal, ne, will ich Aussprache hören. Nicht Faust beißen. Fickt euch hier Nutten. Aggressiv genug. Ne, 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 ne. Fickt euch hier Nutten. Fickt euch hier Nutten. Aggressiver genug. Guck mal, stell mir vor, jemand kommt zu dir nach Hause und will deine Familie überfallen. Ja, ja. Dann sagst du doch nicht, fickt euch hier Nutten. Ich würde nichts dergleichen zu dem sagen. Was würdest du denn sagen? Ich würde wahrscheinlich sagen... Okay, stell mir vor, du kannst nur diese drei Wörter in dem Moment benutzen. Wie würdest du die aussprechen? Fickt euch hier Nutten, was hier überfällt meine Familie. So. Dann würde ich es wahrscheinlich so sagen. Okay, siehst du eine Rutschansage? Ja, aber ich dachte, das war jetzt schon ein Maximum an Ausdruck. Nein, nein, nein. War es nicht? Fickt euch Druck hinter der Stimme in der Aussprache. So sind halt die Lehrer heutzutage. Richtig, Junge, richtig. Das war schon gut auf jeden Fall. Das war schon viel besser. War schon besser. Du hast es versucht. Hat zwar immer noch schwul angehört, aber du hast es versucht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Doch, 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 doch. Einmal. Machst du das noch einmal? Nein, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Jetzt mag ich wirklich nicht mehr. Warum nicht? Jetzt habe ich es so oft heute. Einmal machst du das ohne mich. Ich habe dir die ganze Zeit geholfen, verstehst du? Jetzt musst du das alleine machen. Ich verschone mich davon. Alleinmal. Einmal. Komm. Gibst du mir den Eins-Satz? Ja, eins, zwei, drei. Wann? Du musst es mir schon genau sagen. Ich mach das Fickt und den Rest mach ich alleine, okay? Fickt euch, ihr Nutten. Ihr seid alle nur Dreck. Wenn wir eure Frauen ficken, guckt ihr nur weg. Kommt eins gegen eins oder fünf gegen eins. Damit ich euch nicht töte, muss ich mir in die Faust beißen. Jawohl. Egal. Wird noch. Wird noch. Bisschen übel.